Der Fressursattel ist am Tag Kappes. Ich stelle ihn vor, am Stürmer hier unter dem Fressursattel. Aber, meine Damen und Herren, dieser Haflinger ist 8-jährig im vergangenen Jahr, bereits erfolgreich in Einsprennerprüfung der Klasse S. Und mit dabei zwei 13 Haflinger. Zum einen Achilles, der heutzutage gehört wurde, und der andere, die Waterboy. Ich komme jetzt einmal zu einem Stürmer. Aus seinem ersten Fohlenjahrgang konnte er direkt den neuen Bundesländer Reservesieger in der Studierstaatsbericht Schaustellen hatte auch noch zweit unter dem Sprengsattel Achilles. Heute hat er geführt in unserer Zukunft mit dem 5-jährigen Vorerfolgreich bereits in der vergangenen Saison. Und der andere Sieger seiner Körung, Siegerengst seiner Leistungsprüfung, den Stadion Taubar. Die passt unter dem Sprengsattel Ronderboy, Ronderboy vom Winterstein, Süddeutscher Körungssieger in München 2012. Lieber Karl, hier mit Ihren Haflingern vorliegt, mit Ihren Haflingern engsten, hoberfolgreich im Turniersport unterwegs ist, immer wieder ein Schnäppchen schlägt auf den Großpferdeweinen. Siegreich, auch in Springpferdeprüfungen der Klasse S mit Ihren Haflingern gegen Großpferde. Wir haben ganz gelassen hier am Stürmer und daran gezäumt. Es war Sport, erfolgreich. Die beiden ganz der Hülle. Roll ganz flink den Bein. Springhengste, aufringe, springhengste. Und die Wacker. Ganz souverän hier, der Fünfjährige im Jahr. Ach, die Lässe. Und ganz geschickt hier am Oxen, einmal leicht für hier. Ja, der hat ja auch schon ein großes Pensum heute. Die ganzen Kürten, Prozederen, durchlaufen dort. Da wir in Vergangenheit waren ganz beeindruckend im Freispringen. Wir wollen. Und alle Stürmer hier ganz gerne. Toll in der Leistung, hoferfolgreich. Die Haflinger im Fahrsport, Dressursport, Sprintsport, in der Vielseitigkeit. Haben Sie sich einen Namen gemacht, die tollen Blonde. Dankeschön.